Mein Name ist Martin Herrmann, ich bin der Küchenchef im Hotel Dolmberg. Wir haben ein zwei-Sterne-Gourmet-Restaurant und wir machen heute Abend oder heute Mittag was ganz typisch ist, eine Bühler Zwetschge. Das ist sehr, sehr klassisch hier in der Region. Hi, I'm Grace Taylor, I come from Wales and I'm a comic patissier in Hotel Dolmberg. We cooked the plums in a wine sauce. We painted the chocolate, the dark chocolate on the plate and quartered the plums. And we have also plum and chocolate schnitter, plum chutney quenelle, almond gel, plum gel, caramel chocolate crumble and crushed almonds. Das ist hier ein Zwetschgen-Mousse in Gelee gemacht, eine Zwetschgen-Schnitte, eine Mandelcreme und die Zwetschgen haben wir eben in Rotwein gekocht mit Zucker, und Gewürzen und die werden jetzt auch dazu angerichtet. Dann haben wir ein Zwetschgen-Gel. Dann Crumble von Schokolade. und Crumble von Nüssen. Und Crumble von Nüssen. Und ein Sauerrahm-Eis dazu. Jetzt sehen wir Sauerrahm-Eis noch. Wie fertig ist das Dessert? Wir haben Sauerrahm-Eis, Quenelle von Plum Chutney, Almondgau, Plumgau, Plumschnitte, Chocolat, Caramel-Chocolate-Crumble, und Crushed Almonds.